Musik Was geht ab meine lieben Freunde und herzlich willkommen World's Finest Gamer am Start und im heutigen Video habe ich mal wieder so einen kleinen funny Glitch für euch mit dem ihr einige lustige funny moments erzeugen könnt und zwar handelt es sich bei dem Glitch darum, dass ich euch zeige, wie ihr euch in die Lokomotive eines Zuges reinglitschen könnt dafür begebt euch jetzt mal zu irgendwelchen Bahngleisen und wartet dort, dass ein Zug vorbeikommt und wenn der Zug dann vorbeigekommen ist, dann klettert auf ihn hier drauf und dann klettert den Zug entlang bis vorne zur Lokomotive wenn ihr dann vorne an der Lokomotive angekommen seid, dann begebt euch doch vorne auf die Motorhaube da an die Stelle ungefähr, wo ich auch gerade stehe aber passt auf, dass ihr da nicht runterfällt, denn das passiert schneller als ihr denkt und wenn ihr jetzt dann dort in etwa steht, wo ich stehe, dann öffnet ihr euer Interaktionsmenü und dann geht ihr einmal in eure Snacks rein dann drückt ihr auf eine E-Cola, dass ihr eine E-Cola trinkt und sobald euer Charakter anfängt eine E-Cola zu trinken, drückt ihr dann die Options-Taste und geht einmal in eure Karte rein während ihr jetzt in eurer Karte drin seid, werdet ihr merken, dass ihr ins Fahrerhäuschen in dieser Lokomotive euch reingeglitscht habt und dann könnt ihr einfach die Karte wieder schließen und euch im Fahrerhäuschen einmal ein bisschen genauer umgucken viel gibt es jetzt in diesem Fahrerhäuschen leider nicht zu entdecken außer ein, zwei Bilder und Poster oder wie das auch immer heißt, was da an den Wänden hängt und ihr könnt auch leider die Lokomotive selber nicht fahren aber ihr könnt ein bisschen eure Freunde trollen und denen zeigen guckt mal, ich fahre den Zug, was gar nicht stimmt, aber die glauben euch das dann und dann seid ihr der Coolste wenn ihr jetzt wieder aus der Lokomotive raus wollt, dann geht ihr einfach nach vorne in das Mischpult so wie ich das gemacht habe und drückt die Viereck-Taste und ihr klettert dann ganz einfach nach vorne aus der Lok hinaus so, ich bin an dieser Stelle jetzt einfach mal raus jetzt geht mal hin und verprügelt mal so richtig den Like-Button für diesen Funny Glitch wie ihr euch in die Lokomotive eines Zuges reinglitschen könnt und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut da rein und ciao! bis dahin! bis dahin! bis dahin!